Buster, Bandit und Scout machen eine Pyjama-Party. Sie sollen schlafen, doch sie haben viel zu viel Spaß und sind noch wach. Sie sind zu aufgeregt, um zu schlafen. Wer ist das? Es ist Opa Bus. Er sagt, dass es spät ist. Zeit fürs Bett. Sie können nicht die ganze Nacht wach bleiben und spielen. Vielleicht kann dieses Nachtlicht ihnen helfen. Wow, schau dir die Sterne an. Buster liebt Sterne. Er stellt sich vor, wie es wäre, wenn er eine Rakete wäre und durch die Sterne fliegen würde. Oh schau, es ist Raketen Buster. Buster und seine Freunde nutzen ihre Vorstellungskraft. Sie fliegen durch das All. Schau dir das an. Da ist die Erde. Sie machen ein Rennen dorthin. Auf die Plätze. Fertig. Los. Buster führt. Oh nein, Bandit hat ihn aus der Bahn geworfen. Ah, jetzt liegt Buster weit hinten. Wie kann er wieder nach vorne kommen? Aha. Wow, Buster rast um Saturn herum. Jetzt fliegt er wirklich schnell. Was für eine kluge Idee. Er überholt Bandit und Scout. Hm, was hat Bandit nun vor? Hehehe. Vorsicht. Meteoriten. Hm? Bandit wirft sie auf Buster und Scout. Hm, sie müssen ihn aufhalten. Hehehe. Hm, sie werfen einen noch größeren Meteoriten zurück auf Bandit. Lass ihm das eine Lehre sein. Und weiter geht das Rennen. Buster und Scout sind Kopf an Kopf Fast am Ziel Raketen Buster gewinnt das Rennen Super Wieder erwischt Opa hat sie spielen gehört Das war wirklich lustig Aber jetzt ist es wirklich Zeit fürs Bett Gute Nacht allerseits